Musik Ich denke mal, da kommen mal alle hier zur Sprache. Das finde ich ganz toll, dass jeder auch sich mal öffentlich äußern kann, was er noch für Wünsche hat, für Träume hat, was ihm gut gefällt und dass es vielleicht auch gehört wird, wie es uns hier so gefällt und geht an der Maria-Grönewald-Schule. Das bedeutet mir sehr viel, weil ich habe auch, was ich mir wünsche, was ich besser machen möchte, was Pro und Contra ist. Ich habe auch geschrieben, Wahlrecht, mehr Entscheidungen. Meine Wünsche, dass ich meine private Fähre haben möchte. Dieses Projekt will Menschen, die sonst eher am Rande stehen oder weniger gesehen werden, die Möglichkeit geben, ihre Lebenswirklichkeit ansichtig zu machen. Also praktisch sieht es so aus, dass zurzeit seit dem 5. Februar Menschen mit einer Behinderung in Einrichtungen einen Rahmen, tatsächlich einen Holzrahmen bekommen haben und sich zu diesem Thema, wie ihre Lebenswirklichkeit aussieht, beschäftigen und diesen Rahmen kreativ gestalten. Ist alles im Rahmen? Ist der Rahmen zu eng? Ist er zu groß? Gibt er Halt? Müssen wir ihn sprengen? Wer gibt die Rahmenbedingungen vor? Unendlich viele Themen kann man damit verbinden. Kunstprojekt soll gut laufen. Ich hoffe, dass den Leuten das gefällt. Sie sollen sehen, was meine Interessen sind, was ich geschrieben habe. Sie sollen das sich merken und das gleich machen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!